Na, 8 Millionen Stunden, wat für ne Scheiße, ey. Ja, alles klar. So. Ey, hä? Ich raff das überhaupt noch nicht. Ach du Scheiße, okay, springen sollte ich nicht. Oh mein Gott. Super Fleisch! Boi! Geh da hoch! Ja, geschafft! Und Grade A+. Mhm, okay. Alles klar. Ach du Scheiße. Und da kommt's noch runter, habt ihr gesehen? Nein, ich wollte da drauf. Ich, ja, und der Mö... Ach, ist wieder Dienstag, ne? Wie das letzte Mal, wo ich Minecraft aufgenommen hab, Leute. Das war eh das Geilste. Da hab ich vor dem Urlaub nämlich noch Minecraft aufgenommen. Donnerstags, ja. Und Aufnahme kurz wieder neu gemacht. Hab ich nämlich, äh... Sind wir Donnerstags hier in den Urlaub... ...gefahren! Und dann hab ich dort noch Minecraft aufgenommen. Und als ich Minecraft aufgenommen hab, ist der Müllwagen, geschätzte 50, war an uns vorbeigefahren. Und da hab ich die Krise gekriegt, weil ich mir gedacht hab, so viel Müll liegt doch hier gar nicht rum. Ja, und jetzt krieg ich auch die Krise, weil da unten ist so ein Portal, wo ich, glaub ich, rein muss, wenn er mal guckt. Hier ist nämlich kein Bandage Girl. Und dat ist nämlich schon wieder die Kacke, die mich... Ach, ist noch ne, nach oben, ne? Hä? Hä? Wo soll's denn lang gehen? Versteh' ich nicht. Ach hier. Ah, okay. Versteh' ich schon. Alles klar. Au. Au. Nein! Au. Okay. Die Amerikaner! Die Russen! Alle kommen auf einmal! Wir haben ein Problem, Justin. Sie wollen uns mit den Megabombern umbringen. Aber wir haben Bandage Girl gerettet. Gerettet. Oh. Schon wieder. Oh. Steve. Sie haben Waffen. Und sie werden getötet werden. Ah, verdammte Scheiße. Okay. Das ist doch mal ein interaktives Action-Level. Wollte ich gerade sagen. Alles ist schon mit super Fleisch voll hier. Blut ist das ja nicht. Sondern, ja. Man kann dem kleinen Fleisch, glaub ich's ja nun, wirklich kein Blut zusprechen. Also, ich mein, man kann vieles machen. Man kann sagen, er ist bescheuert. Man kann sagen, er hat einen Schaden. Aber man kann ihm nicht sagen, er hat Flut. Äh, er hat Blut. Das geht gar nicht. A-Plus abgeschlossen. Und weiter. Hallo? Hallo? Achso. Ejo. Ich glaube, ich weiß, wie. Wie schnell war das denn, ey? Ja. Ja. Er rastet wieder gar nicht aus hier, ne? So, Level abgeschlossen und direkt weit. Ach, du Kacke. Ach, du Scheiße. Meine Scheiße, Leute. Ich glaube, ich muss mir das Projekt auch nachträglich auf jeden Fall nochmal beim Kedos anschauen. Und mal gucken, wie der sich geschlagen hat in diesem ganzen verdammten... Ja, da war der Great-A-Plus. Wie der sich geschlagen hat in diesem... ganzen verdammten Scheißdinger. Ah. Ihr seid fies! Ihr wisst doch, dass dieser scheiß Fleisch-Boy... 8 Millionen kmh drauf hat. Nein! Wie knapp! Ihr verdammten Sadisten! So. Ja, sauber. Great-A-Plus abgeschlossen. Weiter geht's. Ich glaube, es gibt aber auch Level, die kann man gar nicht anders als mit Great-A-Dingens da abschließen. Weil ich meine, wie gerade das letzte jetzt. Das muss man so machen. Sonst wird man ja schon am Anfang geklatscht. Geht gar nicht anders. Ach so. Hab da wieder das Wolkenkratzer-Prinzip. Sauber! Geschafft! Ihr merkt schon, ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren natürlich bei diesem Spiel. Ein Spiel, was so beschaffen ist hier, ist ja nun, weiß Gott, wirklich nicht einfach. Einfach. Und da muss man schon mal den ein oder anderen Schlüssel für opfern, um dann zu verkacken. Jo. Oder auch nicht. Scheiße! Alles klar. Meat Boy, die Mission steht! Du musst dich beeilen! Der Dr. Fetus, der isst uns auf den Fersen! Wenn er kommt, um uns zu holen. Nein! Wie kann man denn da noch verkacken? Kann mir das mal einer sagen? Wie kann man denn das schaffen? Ne! Das ist selbst nicht mein Ernst jetzt. Scheiße! Da kann man doch gar nicht mehr verkacken. Ja. Meine Güte. Topolino! Lassen. Ach du Scheiße. Ach! Nein! Nein, du Behinderter! Jetzt hatte ich es gerade geschafft. Ja! Great, ey! Abgeschlossen! Sauber! Ach du Kacke. Ah, okay. Aha. Aha. Ach du Scheiße. Okay. Oh nein! Es leckt auch schon wieder. Ich sehe nichts. Ich kenne nichts. Gibt es da nicht so ein Lied? Ich kenne nichts. Ich sehe nichts. Mich regt das auf, dass Fraps immer Haut und ich nicht grau bin wie die Zelle von der Melle von der Kelle in die Helle. Helle, Bälle, Bälle. So. Mein Gott, du sollst doch wie eben einfach nur den Schlüssel mitnehmen. Ist ja zu viel. Verlangt du blöder Fleisch. Boah, ey! Ist es nicht! Geh doch da auf! Nein, ich muss doch das Timing planen. Genau so. Aha, geschafft! Great A abgeschlossen. Oh! Ja, genau! Habt ihr, habt ihr gar keinen weg? Nein! Habt ihr überhaupt keine Probleme, ne? Nein. Habt ihr nicht. Ach, du Scheiße. Ne, Leute. Das, das ist wirklich nicht mehr lustig. Das geht doch. Das kann doch gar nicht gehen. Das kann nicht funktionieren, was die ja von mir verlangen. Ja, okay. Das hier ist ein. Sau. Sauber. Och, ne. Ah, ich hab schon gedacht, da werde ich geklatscht. Ach, du Scheiße. Wie soll ich da hochkommen? Ah, sauber! Geschafft! Kein A plus, aber egal. Geschafft ist geschafft. Ach, ich bin nicht froh, wenn das Level weg ist hier. Mit diese ganzen Level überhaupt erst. Mit diesen, ja, mit diesen Fuck-Kanonen, ey. Ich mein, was soll der Kack, denn sind wir hier. Wir sind doch nicht im Krieg, oder? Ja, ich mein, wie soll man, wie soll man das denn machen jetzt hier? Ach so! Ja! Komm, geht doch einfach nach Hause. Geht euch doch einfach ein Bad nehmen. Setzt euch rein bei 8 Millionen Grad. Und verbrennt. Sauber! Ach, geschafft! Fragt mich nicht wie, aber ihr habt... Oh, den ist der Endgegner, Leute! Okay! Wollen wir uns das gute Stück nochmal angucken? Wieder eine Zwischensequenz. Super Meat Boy geht wieder motiviert daran. Bandage Girl! I save you! Er freut sich. Und da ließ der böse Dr. Fedos Zeitung und sagte, ich ach, leider nein, mein Freund. Haha, ich hab noch eine Waffe für dich. Und was jetzt? Er spült Bandage Girl im Klo ab. Nein, nicht findet Nemo Reloaded. Bitte nicht! Das darf nicht passieren. Okay, eine Tür geht auf. Was ist da? Nein! Der böse Meat Boy! Eine Schattenkopie von uns. Oh! Das ist Hulk! Hulk! Was möchtest du hier? Und warum bist du nicht grün? Dr. Fedos? Ich drücke auf den Knopf. Hahaha! Hahaha! Alles wird voll mit Schaum! Oder was soll das sein? Keine Ahnung. Abfälle, Schaum. Wie auch immer. Ich werde dich kriegen! Du Mieser! Achso! Okay, so ein Level. Er zeigt uns den Weg. Alles klar. Mhm. Und er zeigt uns auch, wie wir springen sollen. Äh. Ja! Jetzt hab ich auf den Gelben geguckt. Und meinen dabei vergessen. Ach du Scheiße. Okay. So. Ich will das natürlich wieder schnell schaffen. Deswegen mache ich natürlich hier auch wieder Speed. Ja. Speed Star, was nicht geht. Weil da oben muss man dann doch anders. Ja Junge, mach mal nicht so schnell. Raste mal nicht aus. Ach doch. Man muss so schnell sein. Jo. Jetzt seh ich es auch. Jetzt seh ich es auch! Okay. Ich verstehe mal. Wir müssen also in atemberaubender Geschwindigkeit. Alles klar. Hier durch. Haha. Ich bin schneller als Jodo, blöder Mann. Hallo! Och nö. Das ist doch unfair. Warum geht denn der da nicht rein? Ja, und es leckt wieder. Scheiße. Ja. Komplett vergessen. So. Alles klar. Einmal hier. So. Und jetzt überhole ich dich. Tschüss! Tschüss! Ah, geschafft! Sauber, Leute! Auch das hätten wir geschafft, diesen Endgegner. Aber wer ist denn jetzt der Böse da oben? Hallo? Nein! Nein! Oh, wir helfen ihm natürlich als guter, super Fleischboy. Aber er will uns wahrscheinlich auf gut durchgesagt... Nein. Was war das? Dr. 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 Fetus hat Ziegelsteine. Oh, das ist... Das ist einfach so brutal, das Spiel, ne? Das geht gar nicht, Leute. Das sollte man nicht unter 18 machen. Das ist so brutal. Ja, wir werden dich töten, Dr. Fetus. Ja, und er lächelt, Junge. Wenn ich dich in die Finger kriege. Nein, er hat wieder eine Fernbedienung dabei, der Sack. Nein! Er hat uns wieder Fernbedienung getötet. Okay. Fortsetzen, Leute. Lasst uns aufbrechen in neue Welchen. Aber erst beim nächsten Mal, weil ich jetzt hier erst einmal einen Cut machen werde, Leute. Ich glaube, ich habe die erste Stunde Meat Boy jetzt hinter mir. Und ich kann nur sagen, dieses Spiel ist der Hammer, Leute. Das Spiel ist dermaßen geil, dass ich das wahrscheinlich gleich nochmal direkt let's playen muss. Und ja, also, Leute. Das war es soweit von der ersten Stunde Meat Boy. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Super Fleisch Boy mit JTGamer. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!